Hey, wer war das? Du hast doch grad da mich angeöffnet... Nein, das stimmt doch gar nicht, dann war das Dalu. Dalu springen! Herzlich willkommen zurück zu TTT mit Hugo Bonster, Crabs, Dadosch, McFly, Dalu, Gorova, Julia und Gutebe. Wie er reinhauts. Echt ihr Schweine, ey. Unglaublich, diese Eile, Leute. Diese Eloquenz, diese Ausstrahlung. Ihr Penner, ey. Dadosch ist es. The love is real. Hugo Bonster ist doch supergeil, ey. Hugo Boster. Hugo Boster. Boah, wer hat denn hier den Agipi gemacht? Dadosch war das. Dadosch will mich mit dem Pop killen hier. Boah, es ist so ungewohnt, das Spiel zu spielen grad, Dadosch. Ich bin so ein anderer Ego Shooter gewohnt. Ist ein guter Ego Shooter gewohnt? Dadosch will mich mit dem Pop killen. Alter! Aua, 88 hab ich nur noch, das ist ein Zeichen von. Das ist ein Zeichen. Wer verfuckt mich hier, Nils? Ja, du halt und Goro gemacht hast, du machst jetzt kein Baby. Crabs ist es übrigens. Da, er macht das Baby. Hä? Moment. Moment. Er ist hier lang gegangen. Ja, das ist aber... Ja, okay. Glaub ich dir mal. Und kannst nicht... Warte da, er will hinter uns an dein Baby machen. Komm, den machen wir mal. Ah, meiner! Passt. Oh nein, ich sterbe. Toll. Red. Red. Du hast ihn getötet. Detective, ich sterbe gleich. Ich glaub, damit ist McFly aber safe, weil der war sehr verwundert gerade. Du musst mich wieder belegen. Ja, dann bleib bei mir. Okay. Was? Was? Nils? Das war ein Messer, oder? Oh, was? Das war ein Messer, Nils. Nils, das war ein Messer. Das war ein Smoke Grenade, die ich hier geworfen hab. Kommen wir hier rein. Ja, das war ja klar, dass Dalu schlägt. Das sah voll aus wie ein Messer. Äh, go. Das war so klar. Das war auch klar. Hey! Du Monster! Du bist kein echter Taubenzüchter. Oh, der Winning Kill. Hugo Botts da. Jetzt ist er durch die Wand geflohen. In den Arsch, ey! Zurecht, Junge, ey. Bei der Taube gibt's keine Killcam. Nee, bei der Taube nicht. Zufall. Ne Killcam habt ihr auch nicht verdient. Echt mal, bei einer Taube gibt's keine Killcam. Natürlich gehen alle Innos vom Detective weg, der den Inno wiederbelebt. Ja, bei mir war schon klar, dass da irgendwas passiert. Nils ist ja schön da ran, genau. Hab ja nur drauf gewartet, ey. Oh, bei mir geht's grad ab. Ich hoffe, das hört man nicht. Oh, das ist unerträglich. Mute dich, solange es geht. Bitte mute! Und das Gewitter! Zitat! Vor dem Gewittersturm! Oh, hier wird... Hashtag Gewitter. Hashtag Gewittersturm. Hashtag MC McFlay wird geproptkilled. Mal gucken, wer das alles richtig schreibt, ey. Niemals! Den Hashtag find ich scheiße. Das ist zu kompliziert. Warum hast du falsch geschwiegen? Oh, Kapuze ist auch da. Äh, Kapuze ist doch da. Äh, Kapuze ist doch da. Äh, Kapuze ist doch da. Ich bin spät. Oh, sorry, Traps, das war ziemlich knapp. Hey. Jetzt nicht mehr. Und jetzt erst recht! Ich tanze nicht so gut. Ja, ja. Es ist mir egal, ob du im Deck bist. Hey! Ach, Goro. Denk dran, dann haben wir drei Traitor. Nephias, ist es Nephias? Nein, hab ich dich getroffen? Ne, wir... Wir schießen einfach beide ab. Alter, muss es sein. Boah, da wird geballert, da wird geballert, da wird geballert. Nephias schießt, Goro schießt auf Nephias. Wir sind Goro sehr verdächtig. Ist es jetzt Nephias, oder? Hintzi! Alter! Es ist Nihintzi aus! Wir sind Nihintzi, das ist Nihintzi. Wer hat denn gerade Nephias geschrieben? Dado schweimschub, Dado schweimschub. Dann wird er geschubst. Dado schweimschub. Dado schweimschub. Dado schweimschub. Dado schweimschub. Du darfst dich aufs Geländer, das ist auch ein... Sicherheitshinweis. Boah, das war aber gemein. Das war ja nicht. Dado schweimschub. Dado schweimschub. Dado schweimschub. Dado schweimschub. Wir haben das rausgefunden, so schnell. Wir haben das rausgefunden. Ey, kaputzt der. Hallo. Oh, Freundschaft. Für die Freundschaft, Leute. Für die Freundschaft. Welche Freundschaft? Hey, Nefi, es ist wirklich Freunde. Das war aber ein Jump. Leute, Nefi lebt noch. Ja, ich mach ihn. Hab ihn jetzt. Mach der hier. Goro ist der andere. Kannst du ihn identifizieren? Warte, ich hörte noch von einem anderen Twitter beschossen. Der ist gerade bei der Leiche von Nefi. Da war er gerade. Dalu, der muss hier bei dir sein. Ich bin Detective. Mister, ich bin's doch. Du bist verkleidet. Damit bin ich safe. Wo ist der Friendship? Ja, hab ich gesehen. Leute, Goro muss safe sein, weil er hat Nefi vorhin verraten. Der muss hier sein. Oh, shit. Ich bin angeschossen. Dadosch ist es. Dadosch. Dadosch. Kommando Dada hier unten. Und den, hä? Aber mich nicht. Ich. Oh, hier, hier. Ah, ha, ha. Ah, ha, ha. Dann mach ich ihn. Oh, beim. Hier in die Eier. Ins Knie geschossen. habe ich habe ich nicht angeschossen die weg ins kind muss erst mal ein fenster zu machen es ist halt so immens da konnte ich nicht dabei das stimmt ja danke danke da fand ich gut alle anderen waren da als der friendship los ging außer ihr zwei nein ich meine dass du mich runtergeschubst hast das kommt nur wenn man trader ist ich habe ihn abgeschossen oder? Nein, Krabs hat es doch gerade gesagt. So, okay. Ja, warte. Ich bin der einzige, der Krabs nicht gemutet hat heute. Ich habe Krabs auch schon wieder nicht gehört. Warte mal. Ich habe eine Schulung gemacht und mir seine Stimme die ganze Woche angehört. Ich kann die jetzt filtern. Erstmal stirbt ja einer nicht in meiner Schicht. So, fass. In deiner Schicht liegen da schon 300 Leichen. Ich komme jetzt zur Schichtablöse und dann... in meiner Schicht. Ist Julia? Ja, Julia, ist es. Wo ist er denn? Vorsicht, sie hat den Hake geschmissen. Mir egal. Julia, bam. Hallo, Julia. Hat die Granate gesagt. Ich durfte, glaube ich, gar nicht mehr reden, oder? Ich habe nichts mehr gesehen. Nee. Was ist das für ein roter Stahl, ja? Du schießt einfach da noch mitten im Kopf und Kapuze guck noch zu, weißt du? Ja, ich dachte jetzt auch, was passiert. Da hättest du reagieren müssen und Kapuze genau das gleiche Geschenk machen müssen. Ich wusste nicht, wer das war, weil es war ein zweiter. Ich habe ihm ja das Geschenk gegeben, aber der schreit ja so schnell. Ey, warum kann ich mich nicht bewegen? Weil die Runde wieder anfängt. Baum. Ich habe mich nicht bewegen. Vielleicht schlag ich mich mal weg. Achso. Da hättest du dich nicht bewegen. Einer muss ja den Agapier heute machen. Ey, was soll ich das? Er kann sich gar nicht bewegen. Kapuze darf nicht mehr einen Bitten machen. Warte mal. Ah, jetzt geht's. Wenn du zu viel Random Damage machst, darfst du den ersten 20 Minuten wieder loslegen. Ey, ich habe... Danke, danke. Warum hat er denn hier den Agapier gemacht? Ich lauf da durch. Einer muss ja machen. Einer muss ja machen. Ey. Wenn er nicht dabei ist. Uuuuui. Jo, da ist er schon wieder Detektive Trailer. Ich bin wichtig. See you later. Er ist wichtig. See you later. Detektive Trailer. Oh, Herr Botzer. Herr Botzer, Kamerade. Kamerade. Kamerados. Oh, Alter. Der geht gegen Goro. Heilige. Haha. Okay, gut. Lauf. Ich habe nichts gesehen. Wow. Sind die Leute an der Disco gestorben? Junge, Krips, ey. Ich glaube nicht. Ich hoffe nicht. Boah, Goro hat auf mich geschossen. Ey, der wird geschossen. Ey, der wird geschossen. Ey, der wird geschossen. Wow, Triggs. Das ist erstmal dein Fahrrad hier. Hab ich gerade gemacht. Das billige Bike hier. Oh. Nils, it's on. Ja, für ein Mädchen. Nein. On kann doch nicht sein. On ist noch nicht on, Nils. Und wann ist on? On ist, wenn wir beide noch am Leben sind. Ab wann ist on. Dann wird geschossen. Dann ist on, ey. Dann wird wieder geschossen. Geil, hat er gefangen. Geil. Ah. Nefias hat mir gerade den Mittelfinger geschossen. Das ist eine Disco. Genau. Aua. It's on. Das Wadda ist noch kein Haus. Das ist alles früher immer. Gut, willst du mich abschließen? Gut, willst du mich abschließen? Ich bin der Polizist. Ich bin der Polizist. Der Polizist. Oh Gott, ihr blitzt es. Oh Gott, ihr blitzt es. Oh, mir auch. Den haben wir alle gesehen. Zittert vor dem Gewittersturm. Oh Gott. Dann musst du den Gewittersturm. Wo? Wo? Ey, ich häng auf ne Gabate. Hier ist der Heilige. Doch, doch nicht. Ich hab dir unter deinen Fuß geworfen. Ich hab dir unter deinen Fuß geworfen. Ich hab dir unter deinen Fuß geworfen. Was sagen soll? Da wird jemand getötet. Da wurde wer geworfen. Wenn's ja keine Zen-Text gibt, dann sorge ich halt. Aua. Doch, Plasma gestoppt. Dardash ist es. Reiz im Abschuss. Dardash? Ist wirklich Dardash? Er hat mich getötet. Ja, ja, ich war das wirklich. Dardash oder was? Ja, ja, ja. Und Preps identifiziert mich. Ja, ich weiß nicht. Wo denn? Achso, da. Ja, genau. Dardash doch weg. Oh, das ist ja verdeckt. Das leg ich euch auf. Okay. Ne, wie arg ist. Das war der Feinstein. Nils hat irgendwen abgekriegt. Nils. Hä, ich war das nicht. Was ist Dardash? Nils. Was ist Dardash grad explodiert? Kapuze, wo bist du? Kapuze. Kapuze. Warte mal. Kapuze, wo bist du? Ich bin... Ich hab Goro. Ich bin mit Crabz und McEnerney. Ich bin gerade Goro gekillt. Standort. Im Garten. Warte mal. Nennst du es dann Julia oder Crabz oder wie? Nein, ich bin es nicht. Dann ist es Crabz. Weg. Ah, hier ist grad über umgefallen. Wo, 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 wo. Was mit McFly? Wieso ist der safe? Weil ich gerade Goro gekillt hab. Wie, was? Goro war auch schon. Julia ist es. Ja. Habe ich doch am Anfang. Julia ist es. Julia ist es. Julia ist es. Und die knallt mich jetzt ab. Bleib bei mir. Die knallt mich jetzt ab. Ich bin Inno. Seid ihr euch sicher, dass nur einer von uns beiden es sein kann? McFly, Crabz oder Julia? Dete? Ist es McFly noch? Dete? Dete? Was sagst du? Ja, McFly kannst du auch sein. Wo ist denn Goros Leiche? Die liegt da oben, direkt wenn du da hoch gehst. Wo denn? Wenn ich sterbe, ist es Julia. Wenn du die gerade verbrennst. Haben wir jetzt noch einen Dete? Ja, dann duelliert euch doch, wenn McFly safe ist. Ja, super. Ich hab 17 Leben. Das zählt nicht. Doch, das zählt. Dann ist es McFly. Ah, aim. Oh, McFly. Julia hat sich eigentlich selbst in so ne Situation verstanden, dass sie doch Traitor hier sein können. So, ja das ist fair. Knallt ihn ab. Ja, genau. Ich dachte, du hast mich selbst mit der Taube erlebt. Ich hab mich selbst mit der Taube erlebt, ja. Von wem der Fade war das da, Ludana? Natürlich. Ich war so mega verwirrt. Achso. Achso. Ey, da, du schweißt wie das bei mir aus sah. Das macht der Taube so schuld, ey. Als ob du den, als ob du den Kopp geworfen hättest und danach instant mit dem Siegel mir den Kopfschuss verpasst hättest. Weil die Killcam kamen. Ja, das war so aus. Kann man machen, ey. Aber... Sagen wir, es war Kapuze, ist schuld. Ich bin umgeflogen wie ein Sackbeer. Wie ein Sackbeer? 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 Da wurde einmal erschossen schon. Ah, Traitor's Fate hab ich gerust. Wie oft wirst du denn Detektiv? Ich hab den Detektiv Pass diese Woche gekauft. Ich wollt mal was Neues ausprobieren. It's on. Da schlägt mir die Mauer. Zack. Will ich brenziert? Ey, Kapuze hat sich eingeben. Schlag ihn. Kapuze, das ist ne Brandsanate. Oh, oh, oh. 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 Was? Warum ist jemand irgendwo umgefallen? Alter. Da hat Kapuze getrunken. Nein, auch ich nicht. Er ist... Doch, der ist tot. Er wurde runtergezogen. Guck mal, du kriegst auch hier keinen Fallschaden. Guck. Ja, warum... Er ist aufgeschlagen. Ja, genau. Er muss richtig Mad aufgeschlagen sein. Warte, wir versuchen das mal. Ich springe und du... Er hat gerade auf Goro geschossen. Ja, du kriegst ja durch keinen Schaden. Er ist da ran gestoppt. Und das war Nefias, der versucht zu plopieren. Au! Ich schlag ab. Ey, was? Das sind abgeschlagen? Nein. Aua! Jetzt ran! Au! Da kam ne Nate rein, von links. Da kam ne Granate. Granate. Oh, der fängt so viel vor. Der brannt, der brannt. Die war real. Nils, wer ist da? Julia ist hier. Julia, wer ist dir entgegengekommen? Krabs. Oh, da, warte. Das kann ja nicht sein. Das hat denn der Detektor gemacht. Ich geh mal in die Brandreine. Okay. Hugo Botzer. Später Beweise sammeln. Für die Analyse. Für die Rundenanalyse. Ja, ich muss wissen, wer das war. Du verfälschst ja die Statistiken, das ist ja klar. Wettbewerbsverzerrung. Das hätte ja auch einer zugeben können, dass er es macht. Au! Häffi! Da wollte ich aber nach mich schießen. Oh, Dadosch, es ist, Dadosch, es ist. Wo ist Dadosch? Dadosch hat Nils gekillt und McFly hat es auch. Erschießt mich doch. McFly hat vorhin ja angeht mich auch schon auf Goro geschossen. Oh! Der Goro hat mich die ganze Zeit verfolgt und dann habe ich mich umgedreht und plötzlich hieß es, ich habe auf Goro geschossen. Oh, Julia. Du hast mich geschossen auch, oder nicht? Nicht schießen. Nö. Das stimmt doch. Hier sind alle tot. Ich habe Dadosch getötet. Kannst du mir schnell sagen, ich will noch leben? Schnell, schnell, schnell. Ich glaube, nur noch einer. Okay, dann knall ich ihn ab. Ja, Goro. Hey, wirklich nur noch einer. Mein Fettig. Ach. Hat er nicht geschafft. It's on. Ich bin weg. Teleport. 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 Ah! Nein! Nein! Mobi, hast du denn jetzt getötet? Warum kommt dein Projektil? Der Ketterpots hat nichts. Ich habe ihn kaputt gepopft. Das ist der Moment, ey. Das mit Dadosch war gut. Ich bin so nah an ihn angegangen, dass er halt mitsterben musste. Ja, ja, ich wusste auch. Boah. Das war doch die Schafe. Ey, tut mir leid, Kapuze, du bist einfach aufgeschlagen. So mit Hyperspeed. Ich hab aber irgendwas abgeknallt. Achso, gut, das hätte auch sein können. Du musst dir einen Helm aufsetzen. Wer hat mich abgeknallt? Ne, du hast wirklich über 80 Fallschaden bekommen. Nein, du hast da 80 damage bekommen. Aber, ne, ich bin aber auf der Mauer gestanden, wie ich gestorben bin. Es war ein starker Schlag. Da muss was mit dem Trop gestanden haben. So, dann wird die Brand geworfen. Detektiv. Oh, nicht sauber. Detektiv. Ah, gut. Was ist denn so? Er hat ja nie Brand geworfen. So viele Leute haben ihn getrunken. Ja, der Detektiv war das. Ich hab keine. Detektiv war da ja. Nee, 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 der Krabz. Wer bezahlt mal 4 normalerweise. Was ist mit mir? Hab ich's nicht gesagt, dass der eine Engel ist. Du bist so leise bei mir. Ich muss gleich mal lauter rein. Ist der gerade gestorben? Du hast bestimmt nicht versucht, da rüber zu spielen? Nein, nein das ist nicht. Hast du's versucht, da rüber zu spielen? Ey, Dadosch kommt grad an. Näh, dich hin. Los, Dadosch, bin ich hin. Näh, Dadosch. Dadosch, tanz den Goro. Tanz den Goro mit mir. Äh, tanz den Goro die ganze Nacht. Das kann ich auch nicht mehr bewegen. Oh, was ist das? Ist er tot? Ist er tot? Oh, Brand unten im Gang. Gaming ist fast tot. Nee, nur ne Inti. Inti. Meiß ich mal deins. Ah, Crips hat die Granate! Lauf, Nefi! Jetzt hab ich ihn erschossen, weil du geschrieben hast. Wen hast du gekillt? Er war wirklich Traitor, oder? Hast du ihn? Muss er in die Zune? NIE! Das war die erste 500. Ich hab nichts gemacht. Warum hast du das gemacht? Er ist tot. Ich komm nicht dran. Jetzt komm ich ran. Ich komm ran, ich komm ran. Ja, aber das ist so. Okay, er war nicht Traitor. Ich habe gerade keinen Punkt, du musst alles Traitor holen. Ich belebe ihn wieder, okay? Er ist runtergefallen. Wann denn? Er ist runtergefallen. Du warst doch die ganze Zeit bei mir. Ich hab ihn aufgegessen. Dadosch ist Traitor. Dadosch? Ja, hier hat Dadosch ihn getötet. Dadosch hat hier Julia getötet. Schnell, nimm DNA. Dadosch ist Traitor gewesen. Wo war das? Ich hab dich gecallt. Hier wurde jemand gemessert. Und der Typ hat sich dann in die Hose gemacht, weil es zu krass war für ihn. Ah, das war Julia. Wo ist Dadosch? Soll ich detective callen? Ja, bei Dadosch, ja. Ja, warte. Oh Gott, wenn ich jetzt sterbe, ist es so hoch. Hast du ihn gecallt? Geh dich gar nicht an. Hey! Hey, wer war das? Du hast doch grad mich angeöffnet. Nein, das stimmt doch gar nicht. Dann war das Dalu. Dalu spring! Was ist das? Das ist das Neue, glaube ich. Shoryuken, Junge. Okay, ich geh. Du musst du eh nicht. Doch. Hey, 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 hey. Ich bin der Falsche, ey. Kleiner, Kleiner, bloß, mach ihn, mach ihn. Schön. Oh, sorry, Krabs. Ey, Grabs hat geschrien und ich einfach nur bang. Ich hab nur gesagt, Krabs hat mit Granate. Ja. Das war die Warma. Das war die Warma. Der Dragon Punch. Gut, dass du ausgewichen bist, Goro. Aber der ist doch schon alt, oder? Ja, der ist auch alt. Aber wie hat Goro denn Schaden genommen? Ja, vom Aufprall oder so? Ah ja, ne, ich hab ne Frag Grenade vorher geworfen. Ah, okay. Ja, ich fand's wenigstens nett, dass Kapuze bemerkt hat, dass es dadurch nicht getötet hat. Dadurch hat sie doch eh selbst verraten, ey. Nee, aber ich hab nichts gemacht. Ja, du hast es so gesagt. Ich hab einfach dadurch den Namen gesagt, und bin vor ihm in die Tiefe gesprungen. Aber ich hab's nicht gesehen, du bist ja wirklich runter. Ja, ich bin runtergefallen, ich bin runtergesprungen und habe seinen Namen einfach gesagt. Achso. Einfach so. Good gaming is bad detective. Wer hat von Dalu verfolgt? Was? Wir haben schon wieder geschossen. Bist du zu brutal, dein Spiel? Ein so genanntes Killerspiel. Ja, das ist ein Killerspiel. Wie ist das so was? Ob das ja ein Killerspiel ist? Find ich nicht so geil. Ey, da ist ne Granate. Oh Mann. Oh Mann. Oh Mann. Ich hab keine. Ich hab keine Waffe. Ich hab keine Waffe. Ich hab keine Waffe. Okay, jetzt reicht's. Ich hol ne Melone. Da unten liegt sie. Ich hab sie gegeben. Du bleibst erstmal stehen. Da unten liegt sie. Du auch. Wo ist er? Oh, Dalu ist wirklich tot. Ich hab sein Leiche nicht geflogen. Was soll das? Wer war das? Ein Blitzmerk an mir. Dadosch. Ey, Dadosch. Langsam wird Dadosch mir hier ein bisschen zu aggro. Party. Ey, Krabs. Der ist nicht gestorben. Dadosch wird irgendwie durch sein eigenes Prop gekillt. Krabs wird mich schlagen die ganze Zeit. Dadosch ist tot. Krabs. Uah. Krabs kannst du sein, das ist der Krabschitz. Da oben, Mann. Nein. Ey, Confirming, Confirming, Confirming. Aber geh weg, geh weg, geh weg, geh. Uh, pass auf, Granate oben, Granate oben. Nefias ist es. Nefias ist es. Wo ist er? Äh, in dem Mittelgang da, wo gerade auch... Na, scheiße. Warte, er ist tot. Was ist denn eh schon? Der hat Fate, vorsichtig. Warte mal, warte mal. Äh, Botzer, Botzer, Botzer. Der hat Fate. Ja, Bastian. Da liegt ein Messer hinter dir. Haha, cool. Bist es du? Ich hab ein Messer. Ja, bist du? Ach, wenn er, wenn er, boah, das Hate hat, dann bin ich gleich tot. Aber ich, ne, kaputt wurde angeschossen, das ist Kranz. Warum? Nur, weil ich ihn abgestochen hab, wie ein räudiges Schwein. Ja, es ist. Ach, scheiße, ich hab... Will die Gekillcam machen. Ich will die Gekillcam machen. Ach. So macht man die, Nils. So geht das, Freunde. Ah, ah, der Krabs. Ich will die Gekillcam machen. Du hast sie dann gesehen. Hast du... Ja, ich dachte so. Fast gut. Nils, wieso hast du mich gekillt? Ey, wieso nicht? Du hast mich genauso gekillt oder nicht gekillt? Ich hab dich nicht gekillt. Ja, das ist der Unterschied zwischen... Bis auf das eine Wort war es das gleiche. Aber das, äh, das war wirklich nicht mein Messer kaputze. Ja, das glaub ich dir auch. Nee, glaub ihm nicht. Julius? Ich entschuldige mich für meine Farbfeld. Was? Sie töten dich jetzt einfach. Random. Random einfach. Ey, was soll ich denn meine Waffe? Ey, was soll ich denn meine Waffe? Sie würden einen Fate gehabt haben. Du wirst ja sterben. Und dann sterbe ich jetzt erst? Naja, er hat auch einen Fate gehabt. Nee, hab ich nicht. Nee, er war ja auch schon tot die ganze Zeit. Nee, er war ja auch schon tot die ganze Zeit. Aber ich war ja schon tot zu dem Zeitpunkt dann. Ach, stimmt. Ich glaub nicht, dass ich jetzt sterbe. Stimmt, stimmt, stimmt. Stimmt, stimmt. Stimmt, stimmt. Stimmt, stimmt. Ja, ja, ja. Ich vergesse. Oh, ich bin das erste Mal Inno auf dieser Map. Ups. Ja, natürlich. Schießt alle Goro ab. Hey, ich bin wirklich Inno. Nein, Goro. Du hast es gesehen. Das hat mir schon wieder gemacht. Ich hab damit nichts zu tun. War aber fünfmal hintereinander Traitor. Der geht nicht. Hier, Goro klingt eigentlich die Schnauze. Was ist das? Das ist meine eigene Traitor. Ach, weil Goro so oft Traitor war, habe ich so viele Punkte. Da ist einer gestorben, oder? Grants, also das ist das Letzte. Hey, was ey? Hey, Melon Bomber. Nein, Grants ist der Erste. Oh, jetzt! Grants. Wer ist mit dir eigentlich? Ah, er hat mich mit einem Pistol angeschossen. Nein. Okay, jetzt reicht's. Was ist da? Juhljah Trin. Wir brechen den Feit jetzt immer ab. Juhljah Trin. 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 Wir gucken dich an. Warte mal, wer ist das? Den Nils! Ich hätt ihn ja belebt! Nee! Lass ihn liegen, den Bagger! Nebst du noch Kapuzen? Hier, sein Fahrrad! Nils wird auch schon wieder irgendwas mit dem Ass machen. Der hat's verdient, ey! Die Hunde dreht es hinter mir! Der Kapuzenwurm ist... ...warte ich sag euch, McFly ist es. Okay, dann schieß ihn doch ab. Er widerspricht nicht, also scheint zu stimmen. Nephias ist auch der andere. Das war mal widersprechen. Er hat selbst nicht widersprochen. Hey, Leute! Ey! 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 Da hast du immer gestorben, da hast du immer gestorben. Ja, ich hab's gehört. Ey, da liegt er, da liegt er, da liegt er! Ne, du mich? Warte mal, ey! Alles gut, alles gut. Ne, dadurch war's nicht, dadurch war's nicht. McFly! McFly war's! Was denn? Wenn Goro bei ihm beschuldigt hat, das ist natürlich... Das ist natürlich richtig... Immer dieser Rache-Mord, ey. Ah, der Eklusionsstand. Ist mal weg! War ne Taube, Leute. Ja, ja. Hau ab! Julia ist es! Meinst du, als wenn man den Taubenzüchter... Julia Trikot fährt leider! Ah, okay, denk mir, ich seh da nix! Ich bin da... Boatsab, pass auf! Wir haben jetzt drei, vier... Gut gemacht! Was war das? Was war's denn? Was war's denn? Können wir doch mal ne... Märtyrer! 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 Können wir mal ne Runde machen, wo Julia nicht Traitor ist? Ja, man hat dieses Mal ne Runde ist zu Ende! Bis dann, tschüss! 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 Behöell! camouflage! Musik 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 Vielen Dank.